Also die Frage ist, mit wem wir gerne mal live spielen würden und da kann ich ein ziemlich, also, first of all, zuerst mal, wir würden, naja gut, es muss schon passen, eigentlich, wenn das Freunde von uns sind und so, also würden wir, glaube ich, mit allen spielen, aber am liebsten Eisbrecher, Sisters of Mercy, Rammstein, Fade No More, ja, das sind so die, die mir jetzt gerade einfallen. Ja, also ich kann eigentlich nur eins ergänzen, am liebsten würde ich natürlich mit Marc Schmeißer live aufzählen wollen.